Noch rätselt die ganze Welt darüber, wer denn die Giftgasraketen abgeschossen hat. War es Assad? Waren es die Rebellen? Beweise hat keine der beiden Seiten. Niemand weiß es momentan. Aber eines scheint jetzt festzustehen. Aus Deutschland wurden Chemikalien nach Syrien geliefert, Chemikalien, die direkt für die Produktion von Sarin für das Giftgas eingesetzt werden können. Wir wissen, dass seit 2002 bis 2006 über 100 Tonnen dieser Chemikalien geliefert wurden. Das sind nicht irgendwelche Chemikalien, sondern welche, die sehr genau kontrolliert werden, die eine Genehmigung brauchen, weil sie eben direkt für die Giftgasproduktion eingesetzt werden können. Trotzdem wurde damals vonseiten der Bundesregierung das Ja-Wort gegeben, obwohl alle Beteiligten damals wussten, dass schon damals Assad ein riesiges Chemiewaffenprogramm hatte. Man wusste, man liefert diese Chemikalien direkt dorthin. Es wird immer gesagt, naja, vielleicht haben sie es ja auch zivil eingesetzt. Man kann ja auch Zahnpasta damit produzieren. Man kann ja auch Aluminium damit bearbeiten mit diesen Chemikalien. Das mag sein. Ich habe auch überhaupt nichts gegen die Lieferung dieser Chemikalien in andere Länder. Aber wenn ich weiß, dass das Land das Chemiewaffenverbot nicht unterzeichnet hat, wenn ich weiß, dass dort Sarin in großen Mengen hergestellt wird, dann darf ich solche Vorläufer-Substanzen nicht liefern. Das wäre genauso, als wenn sie heutzutage Uran direkt nach Nordkorea liefern würden, weil es könnte ja auch zivil genutzt werden. Das darf man einfach nicht tun. Und ich muss sagen, all diese Informationen, die kommen nur dadurch an die Öffentlichkeit, dass wir als Linke im Bundestag immer wieder nachfragen, nachfragen. Wir haben Dutzende von Fragen gestellt in den letzten Monaten. Jetzt haben wir es rausbekommen. Und ich denke, da können wir als Linke auch ein bisschen darauf stolz sein. Denn ohne uns würde, glaube ich, noch viel mehr von diesen Chemikalien, von diesen Giftgasvorläufern, noch viel mehr Waffen in alle Welt exportiert werden. Wenn ich mir vorstelle, dass möglicherweise Deutschland jetzt mitverantwortlich ist für die vielen hundert Toten, die in Damaskus beim Giftgasangriff umgebracht worden sind, dann wird mir richtig schlecht. Ich möchte, dass alle Verantwortlichen hier sich dazu bekennen. Einerseits müssen die, die auf den Knopf gedrückt haben, in Damaskus vor den Internationalen Strafgerichtshof gezerrt werden. Aber auch hier in Deutschland, ein Herr Steinmeier, ein Joschka Fischer oder auch eine Frau Merkel, die an der Regierung waren, als das genehmigt wurde, die müssen sich jetzt erklären. Vielen Dank.